Tugenden machen dich schön. Schönheit ist nicht nur etwas Äußeres. Schön, es gibt die innere Schönheit. Und die innere Schönheit sind die Tugenden, wie Mitgefühl, Einfühlungsvermögen, Mut, uneigennütziges Dienen, Wahrhaftigkeit, hohe Ideale. All das sind Tugenden, die du kultivieren kannst und die dir Schönheit geben. Lakshmi, die Göttin der Schönheit und die Göttin der Fülle, ist nicht nur äußere Schönheit und sie ist nicht nur äußere Fülle. Lakshmi steht auch für die Tugenden, die du in dir kultivieren kannst, die guten Eigenschaften, die du in dir entwickeln kannst. Sei tugendhaft, bewirke Gutes, tue Gutes, handle aus Mitgefühl und dem Wunsch, anderen zu helfen und kultiviere das, was in dir noch steckt und sich entfalten will.